Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Silent Hill Guide und wir machen heute die Trophäe alles in bester Ordnung. Dazu müssen wir Zimmer 106 durchsuchen und das könnt ihr nur machen, wenn ihr zum zweiten Mal im Westteil von South Wales angekommen seid. Dort könnt ihr nämlich dann erneut in Jacks Inn gehen und euch dann auch erst die Trophäe holen. Also ihr müsst schon relativ weit gezockt haben, bis ihr dann erst wieder hier ankommt. Ihr seht das auch an der Karte, Jacks Inn ist gar nicht verzeichnet. Also gehen wir hier noch einmal rein und laufen am Speicherpunkt vorbei. Natürlich in Zimmer 106 einmal rüber gehen und da hört ihr jetzt so ein paar Geräusche, die hier aus dem Zimmer rauskommen. Geht da einfach einmal rein, untersucht hinten die Wand und schon habt ihr die Trophäe im Gepäck. Das Ganze funktioniert dann völlig automatisch und ich würde mich freuen, wenn ihr das Däumchen nach oben pusht. Bis zum nächsten Mal.